Am liebsten bewege ich mich draussen, in der Natur, an der frischen Luft. Auf dem Bike fokussiere ich mich auf den Moment, damit ich flexibel auf die Umwelt reagieren kann. Ein gutes Miteinander von Natur, Tier und Mensch ist die Voraussetzung, damit wir auch in Zukunft draussen unterwegs sein können. Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln zahlt sich auch beim Thema Anlagen aus. Ich bin überzeugt, dass Investitionen in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen Positives für die Umwelt und die Gesellschaft bewirken. Wer sein Vermögen nachhaltig investiert, profitiert langfristig vom positiven Wandel in der Wirtschaft, ohne auf eine Rendite zu verzichten. Brauchen Sie Beratung, wenn es um das Thema nachhaltigen Vermögensaufbau geht? Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme.